Am Freitagabend startet das Pockinger Bürgerfest. Samstag und Sonntagabend ist für jeden alles geboten, sämtliche Musikrichtungen, musikalische Unterhaltung, gesellschaftlich auf zum Pockinger Bürgerfest. Erleben Sie gemütliche Stunden und unterhaltsame Stunden. Ja, wir sind sehr froh, dass unsere Bürger bislang immer mitgespielt haben beim Fest. Das hat es kaum Beschwerden gegeben und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Darum gilt mein Dank allen Anlegern, die belästigt werden. Das geht ja eine Zeit lang bis in die Nacht hinein, dass die auch weiterhin so mitmachen. Und da möchte ich ganz herzlichen Dank sagen bei allen unseren Bürgern, die da viel Verständnis haben. Und das Beste ist halt einfach mitfeiern.